Herzlich Willkommen bei der Firma Birkhäus und GwC in Rheinach. Wir sind ein Unternehmen der Schelling AG. Mein Name ist Tobias Gollimund und ich bin stellvertretender Produktionsleiter hier am Standort. Wir konnten trotz Corona Ende 2020 unsere zweite Labelfeier in Betrieb nehmen. Die Labelfeier bringt uns die Vorteile nicht nur durch schnellere Rüstzeiten, sondern wir können inline Kaltfolien prägen, wir können stanzen, wir können einen Primer aufbringen, wir können im Flexordruckwerk drucken. All diese Möglichkeiten sehen wir als großen Vorteil. Ein weiterer Vorteil der Maschine ist natürlich die Low Migration Farbe. Durch das konnten wir unser Portfolio enorm erweitern. Durch immer kleiner werdende Losgrößen in unserer Branche konnten wir uns bei der ersten Labelfeier schon von kurzen Rüstzeiten und einer prozessschabieren Druckmaschine überzeugen lassen. Wir hatten mit der Firma Galus immer einen nahen und zuverlässigen Partner an unserer Seite. Für uns war die Investition in eine zweite Labelfeier die perfekte Ergänzung in unserer Etikettenproduktion. Wir sind froh, dass wir auch bei der zweiten Maschine von Anfang an dabei sein konnten und somit die Entwicklung maßgebend mitgestalten durften. Wir freuen uns natürlich auch zukünftig über eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Firma Galus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.